Ich hab keine Zeit, mach mein Telefon nicht heiß. Der Buller weiß von gar nicht, seine Tochter mach ich heiß. Ja, sie mag mich, guckt doch nicht so panisch. Deine kleine... Auf den haben wir schon mal reaktet auf so, so. Ja, ja, normal. Ja, mit Papa, glaube ich. Mit Papa oder sowas. Genau, genau. Auf jeden Fall mega gut. Der gefällt mir richtig gut auf jeden Fall. Da war irgendwas, hab ich mal gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hatte, bin ich da mal in den Track gebracht, alleine, irgendwie. Letzte Woche oder so. Und der wurde aber irgendwie gesperrt von YouTube oder irgendwie so. Oder irgendwas war da, irgendwas passiert. Okay. Und dann hat er den Track diese Woche nochmal neu gebracht, aber diesmal mit zwei Features. Also haben wir mit Kardasch und mit Pepo. Okay. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie so. Ich weiß aber nicht genau, ich hab da mich nicht ganz... Irgendwie hab ich sowas mitgekriegt. Und ja, so liefert auf jeden Fall ab. Ich bin gespannt, was die anderen Boys machen. Beat ist auf jeden Fall krass, ne? Auch. Der Beat ist mega. Mega. Krag aber kurz Mut gefesselt gewesen. Mega. Ich glaub, die kacken gleich übelst klein. Ich glaub, die kacken gleich richtig rein, Digga. Believe, believe, believe. Auf jeden Fall, Sosos Part richtig krass. Mega gut, sonst können wir auch im Notfall sonst hier cutten. Nein, aber wir lieben. Let's go. Alle abliefern, komm. Ich find, das hat gut so, ähm, Dings-Vipes ein bisschen, äh, äh, wie heißt das? Wie wissen die da nochmal, der KMN-Gang-Vipes, der Gang ein bisschen. Mhm. Mit dem Beat und so, wie er das macht, so, ist, find ich nicht so schlecht. Er kommt auch schon mit Power und Energie, kommt da rein. Er kommt gut in den Beat, oder kommt da gut rein, ja. Wie gesagt, so ein bisschen Az, so ein bisschen dieses KMN-Gang-Feeling ist da. Nicht schlecht. An deinem Dallermann, mach dich nicht zum Mann. Du gehst auf schwächere oder auf Kitties, weil du kleiner Piech, der es kannst. In der Haut, jede Nacht, ich verpacktes Grip. Der Bulle will mich fangen, du schaffst es nicht. Sein Traum ist, dass ich auf der Wache sitz. Doch ich sag ihm nur, dass er ein Bastard ist. Kriminell, ich muss an Hunis kommen. Fick dich dann auf der Uniform. Kein Respekt vor den Beamten, seid doch eh nur ein paar Söhne von Schlampen, ey. Ja, Soso haut auf jeden Fall schon den einen oder anderen geilen Track raus. So ist das nicht, ey. Schon ein geiler Track gewesen. Langsam aber stetig, sag ich nur. Geile Futures, geiler Beat, geiler Part von ihm selber und von seinen Futures auch. Mächtig. Ja, Mann, auf jeden Fall, ne. Also auf jeden Fall hat er uns nochmal kurz, wie nennt man das, hat er uns nochmal, wir haben die uns auf jeden Fall überzeugt, ne. Wir waren ja erstmal skeptisch. Aber... Fang mich da. Das, äh, die Skepsis, die ist auf jeden Fall, tschüssikowski, da ja. Da freuen wir uns doch wieder mal auf die nächsten Features von denen. Und tausendmal fiel ich zu Boden, Bruder, aber einmal mehr stand ich wieder auf. Geboren, um zu verlieren, doch ging als Sieger raus. Beide Mittelfinger oben, spuck dem Schicksal ins Gesicht. Kam von unten hoch, aus dem Dunkeln an das Licht. Immer noch der Hunger in Person, kam von Kummer und kein Lohn, will sie bunkern die Millionen. Ich hab viel Scheiß gefressen, geh ans Mic und spuck ich's wieder aus. Augen wieder blutrot, Haar von dem Reeferrauch. Ja, 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 ja.